Geht schau, das ist für das normale keiner mehr Camer Geht schau, geht schau, geht schau Auffe mit uns Geht schau, Waffe Ich bin aus der Zone, da sind wir Was hast du in der Zone? Ich hab 3 Fisch zum Zu fressen Vorsicht, wenn man das Ende erreicht Das ist das Problem dann Ah Wenn man ganz oben hat Also das Ende erreicht, aufpassen was man oben ist Das ist das Problem Wie weit soll ich aufgebaut? Ja wei, so weit wie es geht So weit wie es geht Aber dann aufpassen, irgendwann stehen wir auch noch ganz am Wenn man ganz am aussteht, dann haben wir ein Problem Zolli! Lass uns bauen wir groß hier Pau groß hier Ach, jetzt haben wir erst eine Zone Dass wir uns immer in die Zone bauen Von daher ist es mit wechseln auf Metall Ich hab ein bisschen Metall. Jürgen, ich hab ein bisschen Metall-Game, Jürgen. Dann brauch ich die nicht zum Heim. Nein, dann werden wir nicht. Süd-Oderes-Game. Verpirst du das? Ja, ja, dann. Verpirst du nicht mehr viel oder kannst du nicht Heim? Den steh'n nicht zu mir, den steh'n nicht zu mir. Hände bei dir! Nein, ich hab' den liebsten zum Heim. So, ich hab' nur aufgebaut, ich hab' den bisschen aufgebaut. Ja, ich hab' den Metall weiter bauen. Das ist jetzt hart. Ich bin der Iron Man, normal. Ich müsste nicht flink innen. Ja, aber wir müssen eigentlich links oben gehen. Wir müssen links um mich oben gehen dann. Jetzt ohne links. Ah, ja, links, baum ich links. Wir müssen dann auch abfigieren, oder? Ja, ja, so weit abfigieren, aber sachte dann. Ja, wir sind auch so ein Fies, dann haben wir so einen Sprung. Ja, wenn ich... Aus, 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 aus. Okay, weiter auf, hier geht's. Eins oben, eins oben, geht's, eins oben, geht's, eins oben. Ich muss das wegreißen, so. Passt, wir sind ganz oben. Okay, gut. Du nimmst einen Sprungzappler. Ja, du den gleich her. Was loslegen? Dann haben wir Granaten mit mir. Ah, du nimmst die Granaten mit dir. So, da bauen wir sich ein fettes Geifel. Habt ihr so einen Sprungzappler jeder? Ja. Ja. Gut. Ich hab die Schockengranaten. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Wann muss ich die werfen? Kurz bevor ich aufkomme? Nein, am besten gleich herumwerfen, oder? Ja. Also gleich herumwerfen, dass wir eine... Gleich herumwerfen, weiß ich ja. Okay, okay. Jetzt warten, bis die Zone weitergeht. Mit der Zone gehen wir mit. Ich tu da ein bisschen Verstärken hinten. Nur nicht zu viel. Wir haben uns ein, zwei, 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 zwei zusammen und eins. Aber nicht, nicht zu viel. Passt ja, wir müssen sparen. Wir gehen jetzt einfach langsam mit der Zone mit. Wir sind nicht gut, dass die Zone. Ich bin viel abgelegt gerade. Ha? Ich bin viel abgelegt. Robin, ich geh nicht dazu. Ich geh mal auf das Metall. Jetzt müssen wir langsam werden. Iron Manemar untergehen. Wir sind auch herum. Wir sind auch herum. Zu rechts, zu rechts. Zu rechts, zu rechts. Zu rechts, zu rechts. Ich geh schon. Alter. Alter, aber jetzt gewinnen, Alter. Wie viel sind wir da kosten noch? 200. Okay. Und das... Du bist... Deine Aufnahmen... Ich bin ja ein bisschen langsam. Wirst du 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 schreiben die Zone mit. Jetzt sind aber rechts umgemessen. Jürgen. Ja, ja. Lass mich. Ich baue es noch. Das Metall braucht ihr, bis sie sich aufbaut. Ich hoffe, es schaut keiner auf. Das ist nicht... Metall ist aus. So, stopp. Ich bleib jetzt so stehen. Meines sieht sie aus, gell. Ich kann weiter machen mit... Ich kann da Metall geben, Jürgen. Ja, ja. Gib mir alles. Ich baue. Ja. Ich kann so einen... Computer ist am besten mitbauen. Ja. Steiner muss mitnehmen. Steiner muss mitnehmen. Steiner will mitfällt. Achso, schau. So, jetzt warten wir da. Jetzt warten wir da. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Warte mal, das ist... Jetzt kommt sicher keiner da. Ja. Wir müssen von Hulls runter. Wir müssen von Hulls runter. Was? Wie kommt sie dann runter? Wir müssen von Hulls runter. Hulls runter. Hulls runter. Hulls runter. Aber das sieht man halt nicht so weit, weil die Entfernung sieht man meistens, die sind nicht so. Das baut aus. Das Hulls ist das Problem, wir müssen dann... Hulz Hops ist noch Full Gas, oder? Ja, Hulz habe ich Full Gas. Und Staro wäre 600. Ich habe nur mein Hulz. Ich habe nur 999 Staro, 324 Eisen und 249 Hulz. Das geht, das geht. Jetzt mit Staro bauen und zum Schluss mit Eisen. Ich baue jetzt in dem Stil weiter, dass wir gerade umgehen können. Bauen wir mal, vielleicht in der Richtung. Nein, ich darf es so schräg weiter bauen. Ich brauche ein bisschen mehr Mats. Da unten ist ein Loot Drop. Obwohl es Hulz zu bauen, inzwischen war ein bisschen ein Problem. So, jetzt gehen wir. Geht schon, jetzt gehen wir gleich auf. Geht schon, geht schon. Geht schon. Ist ja gleich eigentlich. Warte, ich will langsam weg. Warte, ich muss noch ein wenig mit der Zone mitgehen. Oh ja. Das bleibt nur noch. Insgesamt noch mehr 5 Minuten. Ich glaube, das sind ja Aufnahmegänge 15 Minuten, gell. Ich glaube 15 oder 10. Seht ihr wie langsam die Zone ist, oder? Ja. Da findet ihr den Scheiss sachte mit der Zone mitgehen. Warte mal, wir sollten nicht immer am letzten steigen. Ja. Dann werden sie schießen sie wieder hinten. Nein. Wir schlägen da ein bisschen weiter hinten. Daher. Bisher ist es nicht aufgefallen. Hochkleid. Lustig werden sollen jetzt die anderen Namen der Skypest dahergegeben. Hallo. Das ist geil bei jetzt wieder. Verdammt der Scheiss. Vorsicht mit dem Rakettenwerfer irgendwo. Du lieber weg. Du lieber weg. Da hat es schon mal einen Vorfall gegeben. So, jetzt muss ich jetzt aufhören dabei. Okay. Ja, das Pickel müssen wir. Das Pickel müssen wir glaube ich auch. Das ist geil. Ja. Jetzt kann ich gerade um mit Boards. Man ist auch Arsch. Warte mal nicht so ein Sau klar. In die Richtung dabei Jürgen. Dann hupfen wir gleich im Vorfall, wenn du schon wieder. Nein, ich mach dann den damit, die Granaten da. Das ist wohl eigentlich richtig. Jetzt nur kleine Waffen. Lass uns als erst auf, wie dann wie ich verarsch die Granaten. Schau, dass du mit den Granaten gerade auffällst. Nicht dass der aus der Zone raus ist. Es sind die normalen Granaten, Robin. Ich bleibe mich hier herum und schießt. Ich fahr mal, wir werden jetzt die schlechtesten hoffen. Bist du Granaten an? Ja, wie fein. Du nimm den mit. Gib mir deinen. Super. Weiter geht's. Oh weh, du benutzt scheiß Granaten. Nein, ich benutze. Ich fahr von mir runter. Es ist gleich Nummer 3. Und jetzt haben wir es euch überrascht, jetzt hätte ich es gesehen. Wahrscheinlich. Oder noch nicht, oder noch nicht. Muss nicht unbedingt sein. Fuck, ey. Was haben wir da gebaut? Schaut euch das einmal an, das ganze Konstrukt. Alter. Alter. Alter.